so hatte ich wieder zu einer weiteren user wunsch folge von der emergency reihe und ja wie wir weiterhin bekannt wissen sind wir bei emergency 4 nein ich will immer noch nicht die spracherkennung zum hundertmillionsten mal interessiert mich hatte ich das bei ja genau die hatte ich schon alle was soll das denn jetzt moment mal hat er nicht oder habe ich nach der habe ich direkt nach dem ding aufgehört habe ich gar nicht ich bin mir relativ sicher ich habe bis zu dem ding gespielt habe ich nicht gespielt bis ich das hier hatte schon anscheinend nicht ja dann wohl nicht ne ok wenn du das sagt dann wird es schon stimmen medizinischer notfall eine person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt versorgen und abtransportieren jetzt kommen auch noch verkehrsunfall versorgen sie alle opfer und transportieren sie sie ab ach jetzt kommen auch noch verkehrsunfälle mit dazu jetzt rechts wenn da stopp 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 da werde ich wahrscheinlich mit fahrzeug ding brauchen dann natürlich und abtransportieren muss ich sie auch noch das heißt wir werden zwei es wurde ein brandausbruch gemeldet wo ist denn löschen sie die brände woher wusste niemand umgefallen hier da ist doch niemand nach oben warte mal wie komme ich denn nach oben was wie komme ich denn nach oben wo ist denn nach oben wo ist denn die person es hilft jetzt aussteigend aussteigen Ja, schon unterwegs. Ja, ist in Aru. Hören, jawohl. Fahrzeug 6, hören. Fahrzeug 7, hören. Fahrzeugkern zu den Endadies. Ja, wird umgehen durch den Endadies. Fahrzeug 6, hören. Ende. Fahrzeug 6, hören. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Ja, los geht. Fahrzeug 4, hören. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug steht super, ja. Wird umgehend durchgeführt. Ist in Arbeit. Fahrzeug 3, hören. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 4, hören. Fahrzeug erlärmt zurück zur Basis. Ich finde diesen... Wie komme ich denn nach oben? Es muss ja oben sein. Ich könnte ja nicht ins Haus rein... Oder könnte ich... In jedes Haus? Nee, ich kann ja bloß in das Haus rein. So muss derjenige ja hier sein. Oder liegt der... Nein, das liegt nicht irgendwo hier. Warte mal. Hier höre ich's. Ist da drin? Was soll das denn? Warum kann ich denn das Haus... Ich bin so froh, wenn ich den TLS habe, ey. Ach. Es stürzt, ey. Kannst du dich mal. Ich bin unterwegs. Fahrzeug 2, hören. So, wo ist Brand ausgebrochen? Da oben? Ah, 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 okay. Okay, okay. Oh, ich bin so froh, wenn ich den TLS habe, ey. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 8, hört. Was gibt's? Wird umgehen durchgeführt. Wird umgehen durchgeführt. Auf dem Weg. Führer. Auf dem Weg. Fahrzeug 8, hört. Fahrzeug, jetzt zurück. Auf dem Weg. Ausstatt bestätigt. Fahrzeug 9, hört. Wird ausgeführt. Was gibt's? Auf dem Weg. Kein Problem. Ja, kein Problem. Fahrzeug 9, hört. Ja. Was ist das für eine crazy Stadt, ey. Fahrzeug, jetzt zurück zur Bahn. Das ist schon nur ein Wrack, okay, äh. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Was gibt's? Wird ausgeführt. Alles klar. Wird umgehen durchgeführt. Wird ausgeführt. Was gibt's? Alles klar. Wird ausgeführt. Fahrzeug 9, hört. Verstanden. Aussteigen, hört. Ja. Jawohl. Fahrzeug 10, hört. Fahrzeug 10, hört. Fahrzeug 10, hört. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Fahrzeug 10, hört. 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 Fahrzeug 10, hört. Wird ausgeführt. Wird ausgeführt. Wird ausgeführt. Fahrzeug 11, hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Was gibt's? Wird umgehen durchgeführt. Wird ausgeführt. Fahrzeug 10, hört. Fahrzeug 10, hört. Endes an nichts. Fahrzeug 12, hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 9, hört. Bestehend, ja. Auf den Weg. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Vielen Dank euch. Praktisch Kunst. Für Feuerwehrmechaner. Ohne abhängig von den Leuten zu sein. Kommt auf die Situation an. Ja, mag sein. Äh, uff. Ich finde sie trotzdem angenehmer. Weil das Micromanagement einfach empf... Äh, oh Gott. Empfällt. Und ich hasse Micromanagement. Und ich hasse Micromanagement. Oh oh. Was machst du denn da? Ja, bitte lösche. Fahrzeug rein. Achtung. Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auf die Fahrzeugfluss. Wo ist denn der Typ? Äh. Wo liegt der? Äh. Was ist das hier schon wieder? Wo, wo ist denn der mit dem Herzinfarkt? Alter. Wo ist der mit dem Herzinfarkt? Ist er da drin? Fahrzeug auf Reiz hinter. Ja. Ich weiß, dass der Zug war. Oh Gott. Liegt hier jemand rum? Euer Ernst jetzt? Wo ist der? Das ist doch nicht euer fucking Ernst, ey. Boah, ich hasse das immer mit dem Suchen von irgendwelchen Leuten hier. Ja, ich bin unterwegs. Ja. Ja, ich bin unterwegs. Dann Autounfall. Hier, was weiß ich, was hier war. Hier brennt es glaube ich auch. Ich finde diese blöde scheiß Person nicht, ey. Kann man... Kann man die näher heranzoomen? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo diese Person sein soll. Und hört sie auch nicht stöhnen oder so. Den Zeiger müsste sie hier irgendwo sein, aber ich sehe hier niemanden. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Was gibt's auf dem Weg? Ah, ich hasse diese Scheiße jedes Mal aufs Neue, ey. So. Hier ist nur ein Auto. Okay. Okay. Fahrzeug steht zur Verfügung. Nice. Fahrzeug steht zur Verfügung. Also die Hydratmasse sowieso überall. Da kannst du ja auch ein TLF nehmen. Und kannst dann mit dem noch an den Hydranten heran. So, da ist jetzt weiter. So, da ist jetzt weiter. So, da ist jetzt weiter. Natürlich sind überall. Also im Waldbrand, da kann ich die TLFs nutzen. Fahrzeug steigen, verstehe. Wird gemacht. Okay. Fahrzeug steigen, verstehe. Ja. Ja. Schon unterwegs. Ja. Wie. Was geht? Bin unterwegs. Ist in Arbeit. Fahrzeug 14. Wir. Oh. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkter. Behandeln und abtransportieren. Was geht? Was geht? Sie sind unterwegs. Ja. Wird ausgerüst. Wird durchgeführt. Fahrzeug 16. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 15. Ja hört. Ja hört man ihn. Wenigstens sieht ihn auch sofort. Fahrzeug steigen zur Verfügung. Fahrzeug 17 hört. Brandausbruch. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Ja hört man ihn nur hin. Wie geht es? Kost. Ahja. Achja. Fahrzeug schnitt. Quasi nicht. Wie kann, wie kann denn daneben? Nein, egal. Fahrzeug, noch nicht den hört. Ja, wird gemacht. Was geht? Fahrzeug 13 hört. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie auch. Auch die Fahrzeugwax. Wo auch immer dieser Herzinfarktfall ist, der überlebt echt lange dafür. Wo? Hä? Was? Wo bist denn du jetzt her? Wä, wä? Okay. Äh, von mir aus. Ja, schön. Ich soll die mal Notärzte postieren. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 20. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. Ich höre sie. Ja. Ja. Okay. Ich brauche nur hier 20 Körner. Das geht nicht. Ich kann arbeiten. Ja. Das geht durchgeführt. Bin unterwegs. Medizinischer Notfall. Eine Person hat eine Schwierigkeit zum Fahrtraining, Behandeln und Abtransportieren. Auf dem Weg. Was gibt's? Ist denn Arbeit? Was gibt's? Fahrzeug 22. Fahrzeug her zurück zur Basis. Was gibt's? Wird ausgeschlossen. Ich bin unterwegs. Fahrzeug 22 hört. Fahrzeug her zurück zur Basis. Höre. Wird umgehen durch. Fahrzeug 23 hört. Fahrzeug her zurück zur Basis. Ich hol mich doch ab hin. Und wegziehen. Ja, das ist wenigstens mal etwas. Das stimmt. Jetzt kommt eine Eilmeldung rein. Ein neuer Einsatz für Sie. Da können Sie Ihre neuen Fahrzeuge gleich mal ausprobieren. Yay. Yay. Bombenattentat bei Gipfeltreffen. Terroristen haben einen Sprengsatz während eines Gipfeltreffens gezündet. Viele Personen sind verletzt und unter Trümmern oder in Fahrzeugwracks eingeklemmt. Zudem sind Brände ausgebrochen. Bergen und versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Löschen Sie alle Brände. Verhindern Sie unter allen Umständen, dass sich die Brände auf noch intakte Gebäude ausweiten. Die Terroristen befinden sich noch im Einsatzgebiet. Spüren Sie die Terroristen auf. Nehmen Sie sie fest oder schalten Sie sie aus und transportieren Sie sie ab. Okay. Ja. Jawohl. Jawohl. Fahrzeug eingetroffen. Ja. Fahrzeug eingetroffen. Ja. Ich habe keine Schläuche hier. Hast du Schläuche hier dabei? Hast du Schläuche hier dabei? Ja. Ja. Scheiße. Ah. Ich habe die Zahl. Ich beuzufu. Ich bin dran. Und das ist nichts mehr. Ich bin dran. Hören. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Alles klar. Zon unterricht. Gut gemacht. Hören. Gut gemacht. Wasser streckt. Hören. 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 Kannst du da nicht rüber fahren? Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Was gibt's? Was gibt's? Auf dem Weg. Bleib. Bleib da. Was gibt's? Wird ausgeführt. Höre. Schon unterwegs. Wird gemacht. Was gibt's? Schon unterwegs. Aussteig. Wird gemacht. Aussteig bestätigt. Ja. Verstanden. Was gibt's? Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Verstanden. Was gibt's? Wird gemacht. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Was gibt's? Ist denn Arbeit. Wird unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Höre. Fasten. wird. Beleza? Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl! Fahrzeug eingetroffen Fahrzeug eingetroffen Ja? Fahrzeug eingetroffen Fahrzeug eingetroffen Fahrzeug eingetroffen Los geht Fahrzeug 10 hört Schon unterwegs Fahrzeug eingetroffen Achso, die liegen alle unter Trümmern Scheiße Fahrzeug 12 hört Aussteig bestätigt Ja? Kein Problem Bin unterwegs Wird erledigt Höre Schon unterwegs Ist in Arbeit Ja? Bin unterwegs Ok? Höre 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 Wird gemacht Alles klar Aussteigen Besteht Was geht Auf dem Weg Schon unterwegs Höre Ok Wird gemacht Mh Auszeit 11 hört Was geht Was geht Was geht Schon unterwegs Ich glaube Brände sind alle gelöscht Nein Sie haben alle Brände Es war ein altes Stück Arbeit Piu Kann ich mal speichern hier Aber sie haben es geschafft Gut gemacht Natürlich habe ich es geschafft Fahrzeug 14 hört Äh Ah Wird gemacht Fahrzeug 3 hört Höre Schon unterwegs Bestätigen Alles klar Bin unterwegs Fahrzeug 6 hört Fahrzeug kehrt zurück zur Basis Fahrzeug 3 hört Fahrzeug 4 Fahrzeug kehrt zurück zur Basis Fahrzeug 2 hört Wissen Ist doch gesagt Der Fahrzeug 13 hört Jawohl Ja? Fahrzeug 14 hört Wird ausgefühlt Ja? Schon unterwegs Wird ausgefühlt vaccinations nicht muss ich finden Das ist eine 10 keine 16 Id Dou Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 1. Rührerwahl auf dem Weg. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Ist okay. Du musst da hin. Könntest du bitte schauen, dass du da hinkommst? Wird gemacht. Nein, okay. Fahrzeug 11 hört. Wird gemacht. Ja. Auf dem Weg. Hören. Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Fahrzeug 11 hört. Ja. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 8 hört. Jawohl. Was gibt's? Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug 14 hört. Ist denn der? Höre. Bin unterwegs. Ja. Auf dem Weg. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Mars. Was gibt's? Ist denn Arbeit? Fahrzeug 16 hört. Oh, 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 oh. Fahrzeug 16 hört. Aussteigen bestätigt. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 11 hört. Was gibt's im Weg? Fahrzeug 14 hört. Ja. Sofort. Fahrzeug 3 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Oh, 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 oh. Ja, schon unterwegs. In Ordnung. Bin unterwegs. Los geht's. Fahrzeug 14 hört. Fahrzeug 14 hört. Hm. Ich glaube, wir sind gerade zwei Leute abgekratzt. Oh, 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 oh. Fahrzeug 1 hört. Äh. Fahrzeug 15 hört. Aussteigen bestätigt. Höre. Schon unterwegs. Los geht's. Schon unterwegs. Ja. Auf dem Weg. Verstanden. Auf dem Weg. Los geht's. Ja, die X-Straßensperre. Wer kennt sie nicht? Ausgeführt. Los geht's. Jawohl. So, da kommt schon mal keiner durch. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Da liegt noch jemand unten drunter. Da auch, okay. Passt schon. Fahrzeug 13 hört. Kann ich das schon ablegen? Gehen zu bleiben. Fahrzeug 18 hört. Vorsicht. Äh, was macht hier mit dem Baum? Fahrzeug 13 hört. Los geht's. Fahrzeug 18 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. ES Was gibt's? Bin unterwegs. Höre, ist in Arbeit. Okay. Fahrzeug 13 hört. Alles klar. Was gibt's? Auf dem Weg. Höre, wird auf dem Weg. Läuft ja ganz gut, aktuell. Höre. Auf dem Weg. Da liegt Peiner drunter? Nein. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Bahn. Höre, bin unterwegs. Bin unterwegs. Höre, ist in Arbeit. Auf dem Weg. Oh. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Bahn. 6, 5, 4, 3, 2, 2 müssen noch irgendwo sein. Irgendwo? Höre. Müssen noch 2 sein. Oh. Aha. Oh Gott. Ein verdächtiger Kleintransporter versucht das Einsatzgebiet zu verlassen. Unbedingt. Aufhalten. Äh. Fahrzeug 1. Ja, okay. Warte. Fahr, fahr, fahr weiter. Ende. Gut. Fahr ruhig weiter. Können, können die dann sofort auf jemanden schießen? Moment mal, das Dach herfährt hier. Kommt hin. Was geht? Auf den B Reh! Ah, meine Denkung. Einsatztkarten runtergeschossen. Das sind die Tauere. Du bist also in die Gegendnis der Schiff auf dem Weg. Ja. Ja. Auf mit den B. Müll. Verfahren. Gott man sieht sie halt so schlecht Schieß Alle Terroristen sind entweder ausgeschaltet oder abtransportiert Ja Alle Opfer abtransportieren, gehören die da dazu? Ja, gehören dazu Okay Wird umgehend durchgeführt Ähm Jawohl Jawohl Ja Wird umgehend durchgeführt Ja, das ist ja nett von denen Ja, sehr nett Wird umgehend durchgeführt Nein, ich will nicht aussteigen Fahrzeug 18, hör Fahrzeug 18, hör Fahrzeug 18, hör Wird umgehend durchgeführt 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 Já, Reports Jensation Auf dem Weg. Fahrzeug ein und was sie führen. Fahrzeug ein und was sie führen. Ja, auf dem Weg. Los geht's. Auf dem Weg. Was gibt's? Ja. Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Ja. Schon unterwegs. Fahrzeug 22. Fahrzeug herz. Schon unterwegs. Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Fahrzeug 21. So, mir fehlen immer noch zwei Leute. Sind die vielleicht nirgendwo eingeklemmt im Auto oder so? Habe ich da schon unten reingeguckt? Ich glaube nicht. Fahrzeug 13 hört. Geht aber auch nicht. Okay. Äh. Äh. Da könnte noch jemand drunter sein. Fahrzeug 13 hört. Kann ich auch nicht. Hast du es abgegeben? Hast du. Okay. Auch nicht. ist das hier irgendwo unter dem Baum? Ja. Ja. Das hier irgendwo unter dem Baum? Und da liegt jemand unten drunter. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 21 kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 13 hört. Ist die Nahe beim Ende? Ja. Fahrzeug 13 hört. Achso, können wir die irgendwie wieder aufnehmen, damit die da durchkommen? Dankeschön. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 13 hört. Ja. 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 Bin unterwegs. Fahrzeug 13 hört. Ist okay. Fahrzeug 14 hört. Ich höre. Bin unterwegs. Los geht. Ja. Bin unterwegs. Okay. Irgendwo muss noch jemand sein. Ich höre. Bestätige. Los macht. Höhre. Mit umgehend durchgeführt. Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Fahrzeug 24 hört. Was biegt? Da liegt keiner. Tja. Tja. Ach. Da ist einer nicht weggefahren. Er ist zurückgefahren. Ah. Gut. Dann dürfte es das jetzt gewesen sein. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Gut gemacht. Sie haben sich keine größeren Fehler bei dieser Mission geleistet. Natürlich gibt es noch Raum für Verbesserungen. Aber allzu viel Kritik ist hier nicht angebracht. Machen Sie weiter so. Du mich auch. Ihnen fehlt noch der Einsatzkraftwagen für den Transport Ihres Ingenieurs und der Wasserwerfer, den Sie einsetzen sollten, wenn es darum geht, Zusammenrottungen aufzulösen. Legen Sie sich die beiden Fahrzeuge so schnell wie möglich zu. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und tatsächlich verletzt. Wir haben Nacht. Es macht es ja noch einfacher, hier etwas zu finden. Eine Person ist gestürzt. Eine Person ist da. Fahrzeug steht zur Verfügung. Vor allem hat das Licht anschalten. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Das ist das Einzige, was du gleich sehen wirst. Äh. Noch mal gleich mal zwei, weil die können wir dann da lassen. Dann können die dann immer dahin, wo es körperend rennt. Fahrzeug aufsteigen. Los geht's. Los geht's. Was gibt's? Ist in Arbeit? Bin unterwegs. Fahrzeug einstört. Fahrzeug erst jetzt nicht gewahrt. Vielleicht noch einen dritten. Fahrzeug steht zur Verfügung. Und einen vierten. Ja, guckt alle zu. Macht Spaß. Und einen fünften. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Kommt die da gar nicht rein? Oh, die kommen da nicht rein. Das ist ein bisschen blöd. 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 Oh, man. Das ist ein bisschen blöd. 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 Das ist ein bisschen blöd, das heißt. Ich bin glöd. Ich kann es nicht über diesen Fluss. Kann was anderes passieren? bitte ich glaube ich brauche doch noch einen Gerätewagen um irgendeinen Gigranten zu betätigen hier sonst wird das ein Problem oh mein Gott hier hier Okay, Ende. Fahrzeug 4, hört. Verstanden, Ende. Entschuldigung, das ist der einzige aktuelle Auftrag, den wir machen können, cool. Fahrzeug 2, steigen bestätigt. Fahrzeug 7, hört. Aussteigen bestätigt. Verstanden. Wird gemacht. Ja. Wird ausgeführt. Äh. Ja, aber wie soll ich die denn hier draußen löschen? Da bräuchte ich wahrscheinlich ein Feuer. Das... Das ist jetzt grade etwas blöd. Der Hydrant ist zu weit weg. Äh. ja scheiße vielleicht vielleicht hier achtung ein taschengiebstahl wurde gemeldet der täter ist wichtig festnehmen und abtransportieren. Danke, wie nett von euch, dass ihr mir mal was anderes gebt. Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet, wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Ja, weiter geht's nicht mehr. Aber das dürfte hinhauen. Wo ist er denn? Ach da. Jawohl. Verstanden. Aussteigen besteht, Fahrzeug acht hört. Weiß wir uns der Weg gefahren ist. Fahrzeug acht hört. Bremsen. Jawohl. Bremsen. 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 Afazin. Bin unterwegs. Fahrzeug acht hört. Fahrzeug kehrt sich nicht назад. Fahrzeig zehn. Fahrzeit sechs hört. Der Schlager ist ex cool. delle ICE-Grade . ,,Bremsen", So, wie sieht es hier aus? Ist alles gelöscht? Nein, immer noch nicht, aber bald. So, das ist doppelgelöscht gleich. So, jawoll. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Wo? Wo? Wo, 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 wo? Wo? Wie, was? Wo? Da. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwax. Verstanden. Ende. Unfall. Einer. Okay. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Die geballte Kraft hier von fünf Tanklöschfahrzeugen. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug bestätigt. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Alles klar. Fahrzeug entlang. Fahrzeug entlang. Fahrzeug entlang. Hör. Hör. Wenn unterwegs. Wird gemacht. Fahrzeug entlang. Fahrzeug entlang. Wird umgehend durchgeführt. Und umgehend durchgeführt. Wird aus Fahrzeugen ziehen. Fahrzeug her zurück zur Basis. Fahrzeug neu hört. Hör. Auf dem Weg. Fahrzeug entlang. Hör. Wird umgehend durchgeführt. Firm. Fahrzeug entlang. Vier. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Mäßend durchgeführt. kümmern sie sich um die brände er wartet schön brav das ist ja nicht von ihm das war schon ich habe da was für sie ein neuer einsatz sehr drinnen schauen sie auf die landkarte und klicken sie dort auf das markierte einsatzgebiet stromausfall in der großstadt es ist bereits zu unfällen im stadtbereich gekommen bergen und versorgen sie alle opfer und transportieren sie sie ab transportieren sie auch alle unfallfahrzeuge ab sichern sie das gebiet und halten sie die öffentliche sicherheit aufrecht machen sie den hacker der für den stromausfall verantwortlich ist ausfindig und nehmen sie ihn fest ach du scheiße 1 2 3 4 5 6 schmockert fahrzeug eingetroffen fahrzeug eingetroffen fahrzeug eingetroffen fahrzeug eingetroffen fahrzeug 2 bestätigt fahrzeug nicht 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 den schlauch holen alles klar den brauchst du nicht du brauchst die rettungsschere fahrzeug 1 für fahrzeug 2 bestätigt was gibt es auf dem weg fahrzeug 7 fahrzeug 7 fahrzeug kehrt zurück zur basis fahrzeug 9 fahrzeug 9 fahrzeug 9 fahrzeug kehrt zurück zur basis fahrzeug 8 fahrzeug 10 10 hört, Fahrzeug 11 hört, Fahrzeug 11 hört, Fahrzeug 12 hört, wird gemacht, Fahrzeug 10 hört, Fahrzeug kehrt zurück zur Basis, hört, Fahrzeug 8 hört. Ah, mmh, höre, auf den Weg, höre, wird ausgeführt, wird umgehend durchgeführt, ja. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Ja. Fahrzeug 6 hört. Was gibt's? Ist in Arbeit. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Was gibt's? Okay. Mir fehlen aber noch zwei weitere Leute. Wahrscheinlich hier, oder? Wir müssen den Hacker ausfindig machen. Ein Ingenieur sollte sich mal im Gebäude von Netzhörern in der Stadt in die Rechner einloggen und die Datenbanken überprüfen. Vielleicht wurde ja ein illegaler Zugriff auf das Netz registriert. Verstanden. Fahrzeug 2 hört. Wird gemacht. Ähm... Ich glaube... Jawoll. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 4 hört. Ich glaube, das war zu spät. Das Ding wird gleich explodieren, glaube ich. Warte mal. Ähm... Hau mal das weg. Hol dir einen Feuerlöscher. Und kühl den. Bis der Tank TLF da ist. Was geht's? Okay. Hau mal das weg. Hau mal das weg. Hau mal das weg. Hau mal das weg. So. Hau mal das weg. Hau mal das weg. Hau mal das weg. Kannst du mal bitte aufhören damit? Ah ok, sehr schön. Warum piepst du jetzt hier die ganze Zeit auf damit? Fahrzeug eingetroffen, höre! Jawohl! Aaaaaah! Ja, auf dem Weg. Fahrzeug 13, hört! Höre! Wird umgehend durchgeführt. Wird gemacht, schon unterwegs. Was gibt's? Wird gemacht. Ja? Ich dachte es wird besser, aber es wird immer schlimmer. Was soll Kärzlösen kommen? Aussteig zur Szene. Oh! Oh! Kommst du hier rein? Ja! Fahrzeug 15, hört! Fahrzeug 15, hört! Fahrzeug 15, hört! Los geht's! Oh! Ach! Xoch! Natürlich! Warum auch nichts! Au! Mhm! Ich habe mir die sich irgendwie gerade mal aufhören lassen hier. Vielleicht noch im Speichern? Ah. 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 Oh. Ah! Ah. Ah, Panzer und Hans ich mich mal, das ist bloß. Ah ja,render. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Polizisten, vielleicht Blank-Granaten, äh, der Wasserwerfer, weiß ja nicht wo, wo denn, wo, wo sind die Plünderer, weiß es ja nicht, setz mir erst einmal hier einen her, äh, Straßensperre, Blank-Granat, Polizei, Polizei, vielleicht ein Schützen noch, aber keine Ahnung wo. Und hier werden wir ja, den werden wir ja auch abtransportieren müssen, das heißt wir brauchen hier auch nochmal einen, Ding. Was gibt's, auf dem Weg, Fahrzeug 13 hört, höre, schon unterwegs, auf dem Weg, höre, auf dem Weg, Fahrzeug eingetroffen, ist in Arbeit, wird umgehen durch, höre, bin unterwegs, wird umgehen durchgeführt. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur wüsste, wo diese Hooligans sind, oder Plünderer, scheiße drauf, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt gleich mal neu starten, das ist ja schrecklich, ey, nachdem ich da hier drin bin, so, speichern, ich hoffe mit einem, mit einem, mit einem Neustart der Mission, hat sich das denn erledigt. Äh, äh, so, ich muss jetzt direkt, naja, egal, passt schon, mach mal kurz. So, uh, So, uh, So, uh, So, uh, So, uh, So, uh, Also, uh, wir haben alle Verletzte abtransportiert. Wo sind diese Hooligans? wo sind die hooligans das ist die große frage plünderungen in der arbeit alle opfer sind abtransportiert wenn da wo sind die plünder sind sie sind dass die blätter die machen bloß die machen doch nichts aha aha da sind sie alle unfallfahrzeuge sind abtransportiert saubere arbeit wo war das irgendwo da da sind sie hey ihr 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 leute ihr was wird denn das hier fahrzeug 20 hört fahrzeug 21 hört wird gemacht hier mach mal was böse leute festnehmen hünderungen der notstrom generator hat einen kurzschluss fahrzeug ja 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 fahrzeug eingetroffen ja fahrzeug eingetroffen wer war denn das jetzt hier fahrzeug eingetroffen das war doch das war doch ihr nein das war nicht die verdammt wo waren die denn da ist er da ist der typ festnehmen zugriff fahrzeug eingetroffen nimm ihn fest nimm ihn fest fahrzeug 20 hört fahrzeug 20 hört verstandene zugriff gut ja 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 hi david auf dem weg fahrzeug 20 hört fahrzeug 2 hört fahrzeug 13 hört fahrzeug 13 hört vier fahrzeug wer hat brandsetze wie war wurs wo wie wer was Achtung es gibt weitere opfer im einsatzgebiet wie was wo wo wie was einsatzopfer was was wie wo fast was ist hier passiert das müssen wir ändern wird wo habe ich das letzte mal was ist hier ist irgendwas passiert hier unten hier ist was passiert das ich nicht sehen wollte welches gebäude wartet uns gleich noch mal was hier feuer gefangen hat brandausbruch in einem bankgebäude der not stromgenerator hat einen kurzschluss gemacht 2 ja ja Kein Geld mehr? Scheiße! Warte mal! Fuck! Ich brauch Geld! Kein Geld mehr! Fuck! Fahrzeug eingetroffen! Fahrzeug 20, hört! Okay! Jawohl! Ich brauch ja noch einen Ingenieur! Wird gemacht! Aussteigen bestätigt! Was geht? Schon unterwegs! Ja! Fahrzeug 2, hört! Jawohl! Führen! Auf dem Weg! Okay! Ja! Wird umgehend durchgeführt! Wird umgehend durchgeführt! Scheiße! Ja! Auf dem Weg! Fahrzeug 20, hört! Wird gemacht! Ja! Jawohl! Ende! Fahrzeug 20, hört! Ja! 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 Okay! Das ist jetzt besser gelaufen, als ich gedacht hätte! Fahrzeug 25, hört! Okay! Sie haben alle Brände gelöscht. Sehr gut. Okay, wir müssen jetzt den Hacker finden. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das ein Haus ist mit einer Antenne. Mit einer Satellitenschüssel. Es gibt ja nicht viele Häuser hier in der Umgebung. Es müsste ja irgendwie so eins dieser Reihenhäuser sein. Das gibt am meisten Sinn. Also ich gehe mal davon aus, dass der hier irgendwo wohnt. Mit einer Satzschüssel. Bei Plünderungen gilt, gehen Sie planmäßig vor, damit Ihre Einsatzkräfte nicht zu Schaden kommen. Wo? Was? Wo war er denn? Hä? Was? Fuck! Äh... Scheiße! Wo ist denn einer entkommen? Da ist doch nirgendwo was Grünes! Also ich hätte noch Zeit, jetzt ist es halt bei Plünderungen gilt. Wo denn? Da könnte ich noch eine Minute früher haben. Das ist mir schon klar, dass die ein Symbol über den Kopfköpfen haben. Das bringt mir aber aktuell relativ wenig leider, weil ich nicht weiß, wo er ist. Und lustigerweise, der hat jetzt kein Symbol mehr über dem Kopf drüber. Sie haben alle Brände gelöscht. Sehr gut. Bei Plünderungen gilt, gehen Sie planmäßig vor, damit Ihre Einsatzkräfte nicht zu schaden. Oh Gott, das ist doch wieder zum Kotzen hier! Wo denn? Der ist es nicht! Der ist es auch nicht! Es ist das Auto? Nein! Was nützt mir ein Symbol, wenn es nirgendwo zu sehen ist? Genau! Nichts! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gehen sie planmäßig vor, damit ihre Einsatzkräfte nicht zu Schaden kommen. Mit Wasserwerfern können sie die Plünderer zum Beispiel erstmal zurückdrängen. Der Wasserwerfer sollte immer dann eingesetzt werden, wenn größere Personengruppen unter Kontrolle gehalten werden müssen. Das ist alles schön und gut, aber es nützt mir in dem Fall nix, dieser verschissene Tipp. Ich fang doch jetzt wegen einem beschissenen Plünderer nicht doch mal die ganze Mission von vorne an. Bei Plünderungen gilt, gehen sie planmäßig vor. Was? Der war doch vorher dafür verantwortlich. Oder nicht? Oder nicht? Sie haben alle Brände gelöscht. Sehr gut. Bei Plünderungen gilt, gehen sie planmäßig vor. Stromausfall in der Großstadt. Woran Soll ich diesen Wichser jetzt erkennen? Das Problem ist, ich sehe hier nirgendwo irgendjemanden, der irgendwo hinflüchtet. Bei Plünderungen gilt, gehen sie planmäßig vor. Stromausfall in der Großstadt. Es ist bereits zu... Gott, es kotzt mich schon wieder an! Was? Das war's determiniert,ちょっと patients, ja. Ja. 망 Muslims feel to... Tetcher her Jetzt bin ich einfach nicht vertrend. Ich versuche, glaube ich... und gel quick zu ergangen. Die sollten eigentlich hier sein. Also hier waren sie zumindest. Aber hier sind sie nicht mehr. Es sollten insgesamt acht Leute sein. Es kommt von Südwesten auf die Karte 9 und daher da unten also eigentlich wenn dann müssten sie eigentlich da sein. Hier. Aber hier geht ja keiner weg. Ich verstehe es nicht. Gehen sie planmäßig vor, damit ihre Einsatzwerte nicht zu schreiten können sie die Plünderer zum Beispiel erstmal zurückdrängen. Der Wasserwerfer sollte immer dann eingesetzt werden, wenn größere Personengruppen unter Kontrolle gehalten werden müssen. Er verspritzt Wasser mit hohem Druck, dem eine Person normalerweise nicht standhalten kann. Es besteht dabei allerdings die Gefahr, dass Personen verletzt werden. Setzen sie den Wasserwerfer also nicht permanent ein, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Unter dem Schutz des Wasserwerfers können sie dann im zweiten Schritt ihre Einsatzkräfte zugreifen lassen. Beratung mit hohem Druck, dem einen hückel, dem ein Sternen Begrüßchen 1 1 2 9 10 14 11 15 es ist das ist wieder so dämlich 0 infos wo dieser blöde idiot rumguckt ich kann halt noch das wieder von 20 uhr 9 nehmen aber die frage ist doch wo ist der hooligan wo ist der plünderer der angeblich flüchtet wo ist der ich sehe nämlich nirgendwo einen geht ihr hier vielleicht runter und lässt du nicht die maps und dann geht ihr irgendwie ist das dämlich da ist einer ach ist das ist ja okay jetzt habe ich ihn gesehen aussteigen bestätigt ja auf dem weg roger sie haben alle brände gelöscht das muss er sein das ist der einzige der jetzt noch übrig den ich noch vorhin noch nicht gesehen habe oh mein gott lass es bloß hinein sein bitte alle plünderer es war nicht alle okay ich habe einen gefunden das hilft mir leider nicht viel weiter weil es noch mehr gibt kann ich kann mich irgendwie ich kann nicht es geht nicht jetzt sehe ich ihn nicht mal mehr nein die spielgeschwindigkeit ist schon ach ja aber pause kann ich ja nichts weiter machen also ich hab den einen hier aber das ist sie haben alle brände gelöscht das ist nur einer von denen wo verschwinden die denn gehen die in ein haus rein oder wie ist es das ist irgendein anderer ich habe ich gesehen okay aber der ist es nicht es ist ein anderer schmucht so da ist wieder was was so du arsch gesicht es wird mir leider nichts bringen weil halt die anwalt der andere noch irgendwo unterwegs ist und ich weiß leider nicht wo der ist es wird mir leider nichts bringen weil halt die anwalt der andere noch irgendwo unterwegs ist da ist noch einer vielleicht vielleicht sind die tatsächlich nicht um da sind zwei vielleicht sind die nicht unbedingt also vielleicht bis jetzt hat irgendwas getriggert dass die nicht weglaufen bitte es sind acht leute insgesamt ich habe gerade mal zwei das schlimme daran bei plünderungen gilt ihre einsatzkräfte nicht zu schaden kommen mit wasserwerfern können sie die plünderer zum beispiel erst mal zurück drängen der wasserwerfer sollte immer dann es kann nur acht geben die frage ist halt wo ist der eine der ständig weg wo ist der er muss ja irgendwo sein fahrzeug 20 gehört ich sehe nur nirgendwo einen vor allen dingen müsste er ja weg er geht ja irgendwo nach draußen aber ich sehe niemanden weg gehen nirgendwo sie haben alle brände gelöscht sehr gut das kotzt mich schon wieder so an ey selbst wenn ich jetzt wieder auf die neun minuten runter springe bei plünderungen gilt gehen sie planmäßig bei plünderungen gilt was nützt es mir wenn ich jetzt das von äh von 20 und 9 nimm wenn ich den nicht mal finde das bringt mir ja auch nix ich brauche ich muss ja wissen wo der ist es nützt mir ja sonst nix weil er kann ja überall sein der kann hier in den in den gassen irgendwo rumlungern und dann irgendwie weggehen sie haben alle brände gelöscht sehr gut bei plünderungen gilt gehen sie planmäßig stromausfall in der großstadt es ist bereits zu unfällen im stadtbereich der ist nicht der fall der eine der hat nur noch nix gemacht das ist das problem aber es muss ja irgendeinen geben der jetzt moment weg läuft und der eben dafür sorgt dass ich die mission dann immer verliere es muss irgendwo ein typ sein der die map verlässt oder geht dir irgendwie den wohnheim aber aber oder es ist ein fahrzeug aber in der lösung wir haben alle brände gelöscht sehr gut der ist es nicht der ist zu weit weg glaube ich aber selbst wenn der kann es gar nicht sein weil der hat kein plünder symbol bei plünderungen gilt gehen sie planmäßig das ist das wieder dämlich warum muss jedes dieser drecks spiele so scheiße so eine scheiße eine scheiß mission haben die so richtig schön am arsch ist warum ich weiß auch nicht wo ich noch suchen soll ich sehe effektiv niemanden der irgendwie hier irgendwo weg geht sie haben alle brände gelöscht sehr gut der einzige da ist es der hier und der ist aber nicht weg dann das ist jemand anderes der geht dann noch in die richtung es muss noch irgendwie es muss noch bei plünderungen gilt gehen sie planmäßig vor damit ich weiß nicht wo ich gucken soll es ist ja nicht so als würde ich es nicht sehen müssen bei der es gibt ja nicht unendlich viele ausgänge wo er weg sind wo er weg gehen könnte ich verstehe nicht mal wie das sein kann wie kann denn wie kann das jetzt schneller gehen als vor ich weiß nicht wo ich es wie ich es herausfinden soll ehrlich gesagt da ist halt einer fahrzeug kehrt zurück zur base fahrzeug kehrt zurück zur base nein du sollst du nicht wo ist denn wo ist denn mein feuer er kommt jetzt erst fahrzeug habe ich denn jetzt wo sind die scheiß polizisten fahrzeug 20 hört jawohl aussteigen bestätigt ja bin unterwegs schon unterwegs ja schon unterwegs sofort in einem bankgebäude der notstromgenerator hat einen kurzschluss roger hat ja 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 jahre ja 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 so fahrzeug 20 fahrzeug 20 fahrzeug eingetroffen fahrzeug eingetroffen fahrzeug eingetroffen das problem ist die alle zu finden wie vorhin schon meintest display das ist halt auch wieder so eine scheiß sache weil man die halt zuerst nicht sieht da ist noch einer verstanden ja das wollte ich nicht aussteigen bestätigt jetzt wird es mir gesagt dass sie entkommen es sind zu wenige naja vielleicht doch nicht fahrzeug eingetroffen da unten müssten jetzt dann auch irgendwann welche kommen vielleicht sind das ja auch gar nicht die plünderer da ist einer ich brauche ein mtw hier ja ja achtung es gibt weitere opfer im einsatzgebiet genau das sollte ich eben nicht haben fahrzeug bei plünderungen gilt gehen sie planmäßig vor damit ihr das ist das scheiße können sie die plünderer zum beispiel erst mal zurück stromausfall in der großstadt es ist bereits zu unfällen im stadtbereich wo war der eine typ die plünderer entkommen schnell haltet sie auf ach nee das war eher hier ich weiß es nicht mehr hier war es irgendwo wo war der eine typ das kostet mich so an der eine typ war doch hier irgendwo damit ihre einsatzkräfte nicht zu schaden kommen mit wasserwerfern können sie die plünder die mission ist so scheiße es hat nichts mit schwieriger zu lassen es ist einfach wieder diese scheiße mit diesen blöden idioten die du suchen musst die über die ganze kart verteilt sind einfach nur weil spaß macht die plünderer entkommen schnell haltet sie auf wo ist der eine jetzt schau ja auf la off die und die auch die auch Wird gemacht. Aussteigen bestätigt. Ja? Ja. Ihr habt kein Zei... Ja. Du willst mich doch verarschen, oder? Föhre, bin unterwegs. Fahrzeug 20, Föhre. Das ist doch... So gut gemacht. Achtung, es gibt weitere Opfer im Einsatzgebiet. So ein... Schwachsinn, ey. Verstanden. Jawohl. Sorry, aber das ist doch nicht euer Ernst, ey. Jawohl. Aussteigen bestätigt. Föhre, schon unterwegs. Fahrzeug 20, hört. Fahrzeug 20, hört. Ja, auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 20, hört. Ja, auf dem Weg. Nein, das ist der vierte. Aber weißt du was? Ich habe eigentlich absolut keinen Bock mehr, weil diese Scheiße ja sowieso nicht funktioniert gescheit. Fahrzeug 20, hört. Fahrzeug 20, zur Basis. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist... Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. In jedem Drecksspiel hast du diese Scheiß-Bugs, die dir alles versauen. Nee, nee, nee. Es ist genug für heute. Ich habe keine Lust, mich darüber aufzuregen. Das ist es nicht wert. Das ist nicht wert. Ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin fertig. Ich bin jede Woche, jede Woche spuckt es, schluckt es mich, spuckt es mich aus. Und es ist wieder toll. Ich muss irgendwann eine Pause machen, weil ich habe echt samstags keine Lust mehr auf diese Scheiße jedes Mal. Das ist unglaublich. Das ist nicht zu fassen, wie viel Scheiße jedes Mal mir passiert. In jedem dieser Spiele bisher gab es diese Scheiße, die mir passiert. Und jedes Mal aufs Neue macht es mich fertig. Das ist echt nicht normal. Aber hey, Hauptsache, Hauptsache, Leute geben einen Daumen runter bei YouTube, weil es ja, weil ich ja, weil ich ja so viel Scheiße baue. Haha, ja, schön. Ist ja nicht so, als würde ich die Bugs magisch anziehen hier. Danke schön dafür. Oh Gott. Ja, morgen kommen hoffentlich bessere Spiele. Das ist wieder Ding. Ich bin jetzt. Ciao. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.